Wir sind O-U-T-R-A-G-E Outranged from outer space! You are the Rock! Yes! Wir kommen! Wir sind noch im Shut-Off, im Festival Wie war's? Ja, die Stimmung war bombastisch, gell? Bombastisch? Bombastisch! Das war bombastisch. Da waren viele Leute, die haben gefreut. Sehr viele Leute. Wir haben auch Tisch getanzt und so. Das war wohl super. Das Problem war, dass das hier nicht so lang geht. Die Polizei war da, dass sie nicht so laut sind. Outranged from outer space! Outranged from outer space! Outranged from outer space! Wir haben auch T-Shirts rausgegeben. Vier Stücken haben wir jetzt heute, glaube ich. Haben wir in die Menge geworfen. Haben wir in die Menge geworfen. War cool. Wir können es uns ja jetzt leisten morgen. Wir können es ja jetzt selber T-Shirts machen. Dank Pistol P! Dank Anfragen. Wenn ihr Anfragen habt, schreibt uns an. Studi, Facebook, egal. Sagt uns was für ein T-Shirt ihr habt. Mein VZ, Studi auf VZ. Müssen wir jetzt alles sagen. Wir müssen ja jetzt die ganzen Social-Deforts haben. Okay, okay, okay. Wenn ihr irgendein T-Shirt haben wollt, sagt Bescheid. Guckt ihr mal unseren Online-Shop nach. Ja, das war das zweite Kodofest dieses Wochenende. Ja, das andere habt ihr bestimmt schon bei Facebook gesehen. Ja. Dass der Schrank ein bisschen demoliert ist. Ja, da waren es vorbei. Es war ein bisschen deppert. Und da hat der Schrank zu deppert. Halb zwei morgens haben sie mit angerufen. Halb zwei. Und er ist nicht lange gegangen. Und er meinte, er ist ein Outranged. Ja. Das ist nützer. Jungs, wann habe ich heute besorgt? Nein. Ich bin schon. Reines Geld. Ich bin schon. Also Maschinen und so. Maschinen, Frauen, Alkohol. Ja. Die Frauen übrigens auch noch top. Heutzig. So, schön. Auch ein paar lecker Häppchen dabei. Ja, schützlich. Ja, Montag ist After-Work-Party. Da sind wir dann auch. Ab 18 Uhr. Ab 18 Uhr. Da können wir es auch ein bisschen länger machen. Ja, hoffentlich. Bis eins ein bisschen. Aber machen wir uns den Vorbehen, war es auch nicht so schlecht. Das waren Micky Krause und die Vagabunden waren das. Vagabunden waren das. Und Micky Krause. Der war auch da, ja. Und der war auch da. Und der war auch da. L.M.F.A.O. L.M.F.A.O. David Götter. Der war die Kassel. L.M.F.A.O. L.M.F.A.O. Otto. Metallica. Die Höder. Pink Panther. Pink Panther. A.C.D.C. Die Atzen waren auch da. Ja, Mann. Die waren auch da als Hot Band. Und natürlich. Ich glaube, die Stimmung da ist schon ein bisschen angeheizt. Ja, und der Headliner war der Outrage DJs. Ja. Ich durfte noch was über Mikro sagen. Was hat Basti gemacht? Die Kappe von der Kamera drauf gelassen. Ah ja. Fuck you! Jung, äh, wir sind jetzt schon ein bisschen, äh, schon lange am reden. Drei Minuten in 24. Ja. Da kann man so lange so einen Scheiß reden. Drei Minuten. Ich meine, wir können das ja auch in 24 Stunden durchziehen. Ja. Doch. Ich bin so weit. Ach, wir müssen noch aufräumen. Ja, ja. Nächste Woche geht's übrigens zum 16. Zimper Jonas. DJ Jonny ist, äh, im Gönkamp. Ui. Ja, moi. Ich bin so Gönkamp rocken. Nächste, ich nehme noch mal zwei, mal Scotty mit. Einmal ist es die Schoppy. Okay. Und dann ist es nochmal die Florian Wernig. Okay. Ja, die werden mich gut unterstützen. Und damit ich den 18. in den Gönkamp rocken. Während meine beiden kursieren, sind sie in Lahr. In Lahr. In Lahr. Wir haben noch einplatzfreie Kötter-Kuverben unter www.autodj.com.de. Ich würde sie sagen. Ah, ah, ah. Hallo Henning. Hallo Wolle. Wolle. Ja, ich hab zu euch. Und die anderen auch alle, ja. Gute Nacht. Servus. Auf Wiedersehen. Und wir sagen Tschüss. Tschüss. Standbild. Mhm. Mhm. Sobi. Welchen Zug?